Die Quelle sagenhaften Reichtums. Der größte Schatz des Universums. Die Heimat unsagbarer Schrecken. Zufluchtsstätte eines Stammes. Schauplatz gnadenloser Kriege. Sie kommen jetzt. Ort, an dem die Zukunft eines Volkes und das Schicksal eines Mannes sich vereinen. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Dion, der Wüstenplanet. Die Trilogie. Ab 22. April auf ProSieben.